Die European Energy Award erhalten für ihr Engagement eine besondere Auszeichnung. Dieses Jahr wird der Landkreis Enzkreis zum vierten Mal für seine vorbildlichen und nachweisbaren Resultate in der kommunalen Energie- und Klimapolitik mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. Herzliche Gratulation! Aller guten Dinge sind ja, genau, bekanntlich vier. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass der Enzkreis nun zum vierten Mal in Folge mit dem European Energy Award in Gold ausgezeichnet wird. Wir sind 2010 gestartet unter dem Motto Enzkreis Klima Wendekreis. Natürlich ist hier nicht immer alles Gold, was glänzt. Denn die Anforderungen steigen in Anbetracht der immer näher rückenden Klimaziele und der immer stärker spürbaren Auswirkungen des Klimawandels. Diesen Transformationsprozess zu schaffen, ist kein Spaziergang und fordert uns in allen Bereichen. Der EEA ist bei uns in die 17 Ziele der Agenda 2030 eingebettet und Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Seit 2011 haben wir auch eine Klimapartnerschaft mit dem Massasi-Distrikt in Tansania und kompensieren Teile unserer Treibhausgasemissionen freiwillig in vielen Projekten im globalen Süden. Und an dieser Stelle ein großes und herzliches Dankeschön an alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Rahmen des EEA. "- Musik Untertitelung des ZDF, 2020